Das ist der Kieler von Master Drunkens, wir spielen für FIFA, Liga 2. Kurz vor dem Ausstieg habe ich noch 3 Spiele, die letzten 2 verloren, wenn man sagt, mit 3.18. Aber es gibt heute auch ein Pack-Opening mit Fleeces, dann noch 100.000 im Start und die neuen Transfer-Listen sind draussen, mal schauen, ob ich einen verwirrt, am liebsten Neymar, das wäre natürlich super Sache. Wir öffnen hier Premium Gold Sets, dann machen wir mal mit dem ersten. Flamini, immerhin. Aber es ist der falsche Flamini, leider. Wir haben noch den 2-Stapel, wenn wir ihn nicht weitergehen. González, 4-3-3. Zentral-Mitti, ja. Nehmen wir uns erst ab, aus den 2-Stapel. Zentral-Offensive, der Niederländer. Eher Division. Eher Division. Ja, 2-Stapel. Pause, 2-Stapel. 2-Stapel. Eher Division. Eher Division. Ja, 2-Stapel. 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 3-Stapel. Rät mit, zurecht, raus. 2-Stapel. Das ist gerade im Gold Sets-Volgeil. Dann werden wir das gerade mal hier lösen. Trashed. Tschüss. Next. Jetzt mal der Wettbewerb. Manuel Delella. Hier geht es. Pritz. Red Pritz. Pritz. Du, statt. Uh, nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Oh ja. Das legt nicht. Nicht gross. Stark. Nicht unser Schlecht. Du, statt. Der hat es vergessen, glaube ich. Der Wettbewerb hat mich vergessen. Heiligstucht Dekasau. Normalverbrauchstapel. 100. Rest wird abgestossen. 100. Ashley Cole. Hoffen wir es mal. Nein, leider nicht der Cole. Wird nicht so anders sein, oder? Zwei Torwartier. Und beide voll verschissen. Alles unter. Und unter. Und unter. Und unter. Dreck können wir brauchen. Moral falten wir auch mal. Aber wir auch. Rest. Tschüssi Frau Wüsti. Dreck. 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 Und der ist nicht unser Lecht. Schlechter Kopfball. Aber sonst. Mal dabei. Und da. Die Dusche. Den. Halt. 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 Eigentlich. Eigentlich mache ich wegen dem das Pack Opening. Aber keine Frage mehr. Ich denke öffnen wir mal ein paar Päckchen Ich muss das Stapel anziehen 2 Stapel Rest Kann sich verpissen Öffnen wir noch 1 2 Letzte 2 Der Dani Wer ist denn der Dani? Ah Portugies Spielt in der russischen Liga Super Sache Aber 4-1-2-1 Dann haben wir noch auf der Duschstapel Davies Und auf der Duschstapel Er ist ja gar niemand Ja Also ich weiss auch nicht Heute ist die Pack Opening gerade voll für den Arsch Weil meine seltene sind Entweder Prickles Ein paar Wappern Die Drop Wenn man es gerne hat Die ist noch gut Alles Hullendbar Ja Das ist mal mein letztes Turn aufreffen Und noch mein Gold Set Ich hoffe dort ist Ja Ich hoffe dort wird schon mal etwas Gold anziehen Ja Wir randen wenigstens Aber Erst bleibt es nicht Bisher Aber Duschstapel Weg Also die Duschstapel Halten wir doch Dann Paula Wo ist die Duschstapel Und der Rest ist wieder mal Tschüss Also das erste Pack Was wir geöffnet haben ist noch Weisse Aber es ist noch ein Berg abgegangen Lamella Lamella oder was Ist doch bestanden Ja Lamella Lamella Lächter Sturm Irrtum eigentlich schon noch Nicht schlecht Und Duschstapel Der kann nichts Ja der kann etwas Ja der kann etwas Duschstapel 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 Halten wir einen Ich glaube es ist ein Spieler Ja komm wir öffnen wir eins Ich habe immer noch den Glauben daran Das war das Und mir der Neymar noch eins Nicht rein regnet Aber es ist nur der Alonso Eh Wunder Der ist nicht mehr so schlecht Wann spiel der M-M-M-S Komm mal Ah Wohin zu Duschstapel Falter Abtauschstapel Äh, ich hätte ja lieber die Umgekehrten gehabt Und der Rest ist wieder mal Tschüss Ein paar Verträge anwenden Ich glaube da brauchen ein paar im Vertrag 2 Wer zum Beispiel mit meinem Kamm Immer gerne mal nach Vertrag 2 Auch noch gerne Vertrag 2 Da hat er gemeint Hier ist es so Mein Ramier ist natürlich auch Und der Hug Auch genannt der Halb Weil es so eine breite Kaste ist Und die anderen Mannschaften hier Ne Seht auch einiges verändert hier Wer hat es bei Bescheid gekauft Bei mir kommt da noch ein Vertrag Ich habe hier auch noch ein Vertrag Ich habe meinen eine Vertragung Oder ich habe die Vertrag mit Aber ich habe den Vertrag Ich habe den Vertrag mit Ich habe die Vertrag jetzt Ich habe die Vertrag mit Ich nehme an den Türsitz, er muss jetzt einfach mal schnell warten. Er muss noch schnell warten. So, und ich verabschiede mich. Gruß Gilen!